Wenn du wissen möchtest, wie diese Armreifen gemacht werden, dann bleib dran. Zeitaufwand 5 Minuten. Kostenfaktor. Was du dafür brauchst, ist eine Plastikflasche, eine Schere, Klebeband, eine Heißklebepistole, Stoffreste und Zeug, was du darauf machen wollt. Alsja durch Bringen es ihr könnt. Lieberkjem 8-30 Uhr hinzu. Und solance sank am besten. Sädensturn tiren. сама wird nacklen. So macht Recycling Spaß. Wenn du das Tutorial cool fandest, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn ich lassen soll, Dinge zu recyceln, dann gib mir einen Daumen runter. Dann gib mir einen Daumen hoch. Dann gib mir einen Daumen hoch. Vielen Dank.